So wie der riecht. Ja, du meinst was ich heute Abend noch aufreiße? Nix, ganz sicher nix. Ganz wichtig liebe Damen, wenn ihr wollt, dass eure Männer nicht mehr fremd geht, abends einsprühen bevor sie rausgehen, 100% ihr habt eure Ruhe, kaufen, Beißfix gegen Fremdgehen. Junge, das ist wieder eklig.